Salut, das ist Daniel. Ich war für euch kurz im Waisch. Kommt euch heute in der Mann an der Föderation und ich stelle euch euch einen Conseil für euch. Guten Morgen und willkommen bei der Föderation des Artisan. Mein Name ist Müller-Gregory und das ist der Conseil von ihrem Verband. Du bist auch Kontaktperson und alle werden froh sein zum Arbeitsrecht, Sekuritätssozial, Administrativprozeduren, Ausbildung und alle anderen froh, die dir, ich könnt euch erstellen. Wenn ihr froh seid, zeigt euch nicht, dass ihr Kontakt habt. ных Pfaffen